Da ist noch echter Kampfgeistemarkt. Aufgaben kennt der Markt aktuell nicht, zumindest mal der Bulle nicht, denn der ist wieder ein bisschen zumindest mal zurückgekehrt. Im DAX sieht das Ganze ja eigentlich nicht so schlecht aus, denn immerhin das, was wir bisher hier in der Abwärtsbewegung haben, das ist klar korrektiv, machen wir uns nichts vor. So sieht das klassisch aus, wenn der Markt eben in eine Richtung dieses Wackelige, was ich häufig sage, oder eben diese vielen Gegenbewegungen mit Überschneidungen hat. Das ist auf jeden Fall ein eher korrektiv anmutendes Muster, was wir hier haben. Und das ist Punkt 1. Der zweite schöne Teil ist, dass diese Aufwärtsbewegung hier bisher, ich zoome mal ein bisschen dichter ran, recht stark unterwegs ist. Und wenn jetzt noch die nächste Bewegung einigermaßen schwach ist und wer jetzt sagt, das ist ja das Gleiche wie da, richtig. Also wenn wir hier eine starke Bewegung haben und das Ganze gefolgt von etwas Wackeligen, so sieht das hier aus. Das ist das, was wir im vorderen Teil haben und das ist das, was ich hier im Kleinen gezeichnet habe, was nahezu identisch ist. Dann ist eine ganz gute Voraussetzung, dass wir, wenn wir diese Zwischenhochs brechen, weiter nach oben gehen. Und wenn wir dann schon auf dem Weg nach oben sind, naja, dann werden wir wohl auch diese Marke rausholen, oder? Naja gut, das hängt noch von ein paar Faktoren ab. Natürlich auch, wie die Situation aussieht, ob wir welche Nachrichten ja gerade im Moment haben. Aber die Chance, dass wir das hoch nochmal ansteuern bei 15.660 in etwa, ist nicht so schlecht. Aber, ganz wichtig, unter einer Bedingung, dass das, was wir hier haben, korrektiv ist. Hier sah es ja auch nicht so schlecht aus, aber er ist halt nicht korrektiv hier runtergelaufen, sondern er hat gesagt, ich mache das Modell Stein, einfach mal nach unten fallen lassen. Das geht natürlich auch und das kann uns natürlich hier auch passieren. Das heißt, für all diejenigen, die jetzt schon begeistert sind, vielleicht eine Stufe zu früh. Der Teil ist gut, da müssen wir nicht rumnörgeln. Wenn wir jetzt sowas bekommen, ist das ein wunderschöner Einstieg. Zum Beispiel an solchen Zwischenhochs. Es gibt ja andere Möglichkeiten, da reinzugehen. Es hängt ja ein bisschen von der Marktbewegung ab. Manch einer wartet dann auch auf schöne Kerzenformationen, ob es da vielleicht eine Umkehrkerze gibt, sowas in der Richtung. und lauter so Sachen, die uns nochmal einen schönen Einstieg da bescheren können. Das müssen wir allerdings abwarten. Im Moment ist allerdings der erste gute Schritt schon mal getan. Nämlich, er hat dieses Korrektivbild nicht kaputt gemacht. Wie hätte er das denn kaputt machen können? Naja, wenn er jetzt weiter wie ein Stein nach unten gegangen wäre, richtig nach unten gegangen wäre, dann hätte ich im schlimmsten Fall gesagt, oje, oje, das passt jetzt nicht mehr. Aber der Markt hat es nicht gemacht. Der Markt hat gesagt, hier komm, Korrektiv runter. Und jetzt hat er eben klein das Positivbeispiel gebracht. Also, wir sind auf dem guten Weg, auf einer guten Chance, sagen wir es mal so, dass wenn es jetzt mit einer Korrektur dort weitergeht, wir uns nach oben triggern lassen können, um nochmal die Long-Seite mitzunehmen im Kurzen. Wer noch Long ist, ja, wer schon Long ist, auch okay, denkt allerdings daran, Stops nachzuziehen. Denn Bewegungen wie diese hier haben ganz klar gemacht, das kann auch locker nochmal so gehen. Und Bewegungen wie diese haben ganz klar gemacht, das kann auch locker nochmal so gehen. Also, bitte geht nicht davon aus, nö, nö, das muss jetzt ewig da steigen. Das hängt jetzt davon ab, wie die Antwort hier ausfällt, ob sie eben dynamisch oder korrektiv eben ist. Gute Voraussetzungen, aber zumindest mal für ein vorläufiges Anhalten der Abwärtsbewegung, auch beim Dow Jones. Wenn ich da mal ein bisschen ranzoome, ich mache das mal in groß, weil viele wünschen sich das ja immer in Großbild, kann man es mobil besser nachvollziehen. Deswegen ist quasi hier vorne mal eine Pause gewesen. Jetzt sind wir hier wieder unterwegs. Jetzt lasst ihn halt wieder mal eine Pause machen und dann nochmal so einen Anstieg. Und dann seht ihr schon, das wäre quasi, ich mache es nochmal hier in einem Schwung, das wäre so ein klassisches, typisches, bullisches Verlaufsmuster, hier auf dem Weg nach oben. Und eine Chance zumindest mal, dass die Marktteilnehmer das Ganze dann wirklich aufnehmen für Fortsetzung nach oben. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also allerdings müssten wir dann jetzt hier nur korrektiv unterwegs sein. Und für all diejenigen, die schon total begeistert sind, die letzten paar Minuten waren doch ganz schön schnell nach unten. Also für die Intraday-Freunde, für die, die des ganz Kurzens, für die Freunde des ganz kurzen Moments, achtet ein bisschen drauf, so eine Schubbewegung hier runter. Wenn ihr sowas habt, wackelig hier nach oben, dann ist die Fortsetzung der ersten Bewegung für die Intraday-Händler gerne nochmal eine Chance hier zu shorten. Das ist von vielen jetzt falsch verstanden. Viele sagen dann, jetzt redet der von short. Ja, ich rede von short. Aber das ist für viele, die nur auf Tagesbasis gucken, völlig uninteressant. Das ist für die Intraday-Freunde, die solche Bewegungen zwischendurch mal gerne mitnehmen wollen. Da mag es interessant sein, wenn ihr eine starke Bewegung habt, eine Pause irgendwo in die Mitte rein dieser Bewegung, ganz grob. Oder ihr könnt es mit Fibonacci abschätzen. Dann hättet ihr eine gute Voraussetzung, dass was vorne kommt, hinten nochmal passiert. Das wäre ein Klassiker. Und davon kann man ausgehen, dass es regelmäßig vorkommt. Nicht immer. Ist damit das Bild hier ad acta zu legen? Nein, denn selbst wenn der jetzt hier mal ein bisschen nach oben geht, ich gehe mal hier in 4-Stunden-Chart. Stellt euch vor, der macht jetzt hier diese Bewegung, die er jetzt hier gemacht hat. Jetzt macht er mal hier so ein bisschen Pause. Geht mal in diesen Bereich rein. Und kann er danach immer noch weiter runter gehen. Und dann endlich die 32.000 abarbeiten. Und dann könnte man sagen, naja gut, jetzt haben wir alle unseren Spaß gehabt. Jetzt wird entschieden, ob er das oder das macht. Aber dann erst von der 32.000 aus. Das ist die Marke, die wir hier in etwa haben. Bitte nicht millimetergenau wörtlich nehmen. Aber als einen wertvollen, als wichtigen Orientierungspunkt, um da zu gucken. Dann hätten wir dieses übergeordnete Muster zumindest mal gesehen. Was eben klassisch ist und machen wir uns nichts vor, die Märkte lieben es, so diese klassischen Muster abzuarbeiten. Beim S&P 500 ist das Bild mehr oder weniger das gleiche. Auch hier geht es so einigermaßen drum, dass wir sagen, okay, aktuell jetzt nach oben, vielleicht jetzt hier auch Pause. Das wäre das positive Bild, wenn wir das so in der Richtung kriegen. Dann wäre eine Korrektur mal eine Nummer größer angesagt und dann die Fortsetzung nach oben. Also vereinfacht für all diejenigen, die jetzt sagen, ich bin total verwirrt, mir hilft das hier überhaupt nicht. Schaut immer, was ist zuletzt die starke Richtung gewesen und was ist die schwache Richtung gewesen. Wenn ihr eine verhältnismäßig starke Richtung nach oben habt, eine dreiwellige oder wackelige Gegenbewegung, dann geht eher davon aus, dass die nächste Bewegung hier eine Fortsetzung nach oben eben entsprechend bringt und dann habt ihr eine Möglichkeit, euch in diese Richtung zu positionieren. Das kann hier ebenfalls passieren. Schub eben nach oben, anschließend wackele ich hier auf der Abwärtsseite unterwegs, wäre quasi das Pandor zu dieser Geschichte und böte diese Gelegenheit. Das ist aber auffällig. Also der Anstieg ist sowieso auffällig. Immer dann, wenn ihr sagt, ja, so habe ich mir das immer vorgestellt. Weil, so, meistens auch noch mal gepaart mit, ich habe jetzt verpasst, aber wenn ihr so eine Bewegung seht, das ist als erste Bewegung, dann diese Korrektur eben, die kann dreiwellig sein, wie wir es hier beispielsweise hatten oder mehrfach wackeln, wie wir es an anderen Stellen jetzt eben schon besprochen hatten. Dann wäre das locker eben die Voraussetzung, um anschließend noch mal hier nach oben zu gehen, halte ich für eine sehr, sehr realistische Chance, dass das passiert und dementsprechend auf jeden Fall. Es ist ein spannendes Szenario. So, aber dafür müsste er eben diese Korrekturen bringen, entweder im Kleinen oder im Großen. Und auch hier noch mal der Blick für die ganz Kurzfristigen unter euch, die, die jetzt Intraday am Nachmittag was überlegen, diese Bewegung ist jetzt genau das umgekehrte Exemplar, nämlich eine scharfe Abwärtsbewegung. Wackele ich nach oben, würde suggerieren, also so in diesem mittleren Bereich, diese Strecke einfach von oben nach unten. Ich mache es mal einmal genau, vom höchsten Punkt zum tiefsten. Im Moment ist er da, das kann später anders werden. In diese Kiste rein, aber in diese Kiste rein reicht nicht. Also wenn er nur das macht, ist mir zu wenig. Er muss es A, B, C oder von mir aus mehrfach wackelnd machen und dann wäre das die Fortsetzung. Wenn das die erste Welle ist, ist es mir am liebsten. Aber ihr seht, es kann auch sein, wenn die schnell ist und diese eben mehrfach wackelnd ist, dann ist das für die Fortsetzung interessant. Das haben wir hier. Manchmal sieht man es besser, manchmal sieht man es weniger gut. Aber da hätte ich es nicht gesehen. Da wäre ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher. Hier ist das jetzt eine schöne Dreiwelle. Aber insgesamt haben wir, auch wenn wir es nicht zwingend handeln, weil uns der Einstieg vielleicht zu groß ist, aber solange wir diese Bewegungsabläufe sehen, eine starke Bewegung, etwas wackelig ist, die Fortsetzung nach oben, dann haben wir eine gewisse Orientierung. Starke Bewegung A, B, C oder wackelig in die Gegenrichtung. Das ist ein bisschen kurz. Haben wir aber zumindest mal einen groben Filter. In welche Richtung wollen wir denn eher handeln? Im Moment ist die Vorgabe stark abwärts. Wackelig nach oben wäre jetzt die spannende Bewegung und anschließend die Korrektur, wenn sie fertig ist, nach unten dann weiter, also wenn sie aufgelöst wird, nach unten die starke Bewegung dann eben mithandeln. Also im Kleinen sehe ich, wenn es korrektiv runtergeht, ist eine Chance für nochmal abwärts. Das beißt sich im Übergeordneten mit dem nicht. Das sind halt kleine Bewegungen dann innerhalb der Bewegung nach oben. Also sprich, wenn man hier mit der Lupe guckt, zack, hier war Pause, zack, hier nochmal Pause, zack, beispielsweise, dann käme das. Dann hätten wir vielleicht sogar die Chance, nochmal bis an den Trennkanal zu kommen. Aber das ist jetzt sehr vage, denn da wissen wir ja noch nicht, wie die Bewegungen im Einzelnen bis dahin aussehen. Aber zumindest ist das jüngste Bild, was wir hier haben, nicht jetzt ganz schlecht, obwohl ich sagen muss, so richtig überzeugend finde ich den jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Und wenn der jetzt noch weiter runterkommt, werden wir es mal gucken. Aber wir haben ja schon gesagt, eigentlich erwarten wir bei den Indizes, dass es auf jeden Fall in der Folge nochmal nach unten geht. Naja, wir werden es sehen, je stärker diese Bewegung uns jetzt hier wegbringt, von diesen Hochs wieder, desto realistischer ist es, dass es danach auch eben weiter nach unten geht. Nasdaq ebenfalls für die Kurzfristigen unbedingt gleich mal drauf gucken, ob wir, das kann auch sein, dass es erst jetzt später dann passiert, dass wir also noch ein bisschen weiter runter gehen und erst so gegen 6 Uhr oder 7 Uhr diese Bewegung bekommen. Das ist absolut realistisch, um dann eben diese Fortsetzung zu handeln. Fände ich ebenfalls ganz schick. Mal gucken, ob er uns das anbietet. Wenn ja, wäre das eine schöne Short-Gelegenheit, die wir natürlich sehr, sehr gerne dann entsprechend auch nutzen wollen. Insoweit die Indizes zumindest mal aktuell nicht so richtig auf dem Abbruch nach unten. Wir hatten ja vor dem Wochenende nochmal gesagt, oh, nicht so ein gutes Zeichen ist, dass der Nasdaq jetzt hier so durchgegangen ist. Das heißt nicht, dass er zwischendurch nochmal nach oben gehen kann. Im Moment ist zumindest mal die erste Gefahr gebannt. Wir sehen das durch diesen Anstieg, den wir hier jetzt haben, dass zumindest mal aktuell dann Einhalt geboten ist. Trotz alledem ist an der übergeordneten Sichtweise, dass wir realistisch, mindestens bei DAX und Dow Jones und dann eigentlich auch bei S&P und Nasdaq nochmal ein bisschen tiefer gehen, was noch längst nicht den Bullenmarkt generell im Übergeordneten kaputt macht. Viele verwechseln das und sagen, wie kannst du so negativ nur reden? Naja, das sind alles keine Negativ-Szenarien. Schließen wir nochmal einmal mit dem DAX ab, wenn der DAX hier runterkommt und wenn er das sogar, vielleicht macht der nochmal einmal höher, aber wenn er das dann später hier nochmal in so einer Korrekturbewegung macht, ist das ein dermaßen schönes bullisches Zeichen. Das wäre super. Das Problem ist, noch wissen wir nicht, ob es so kommt und deshalb finde ich diesen Punkt für den Einstieg jetzt nicht geeignet. Wenn ich die Chance sehe, wir kriegen es sogar nochmal günstiger. Nach wie vor gilt, wer schon drin ist, der bleibe halt drin. Meine Güte, man muss ja nicht die Position zwangsweise schließen. Der freut sich ja über jeden weiteren Aufwärtstag. Das sei auch dann gegönnt und in einzelnen Positionen dann natürlich erst recht. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, einen wunderbaren Wochenstart und hoffentlich ganz viel Gewinne.